Naja, dann musst du einfach nur runterlaufen, oder nicht? Und was ist das links von euch da? Dieses Geländer? Okay, du versuchst es zuerst mal. Weil ich das Arschlach... Ja, alle hoch. Alle hoch. Wir brauchen so viele Spiele wie möglich. Ihr pfaulen Säcke da unten. Ich knall die mal ab, wenn die nicht kommen. Eher, eher... Ich schieß mal. Pass auf, er springt mir jetzt auf die Birne und ich sterbe. Warte, bis die anderen zwei auch noch da sind. Ihr müsst alle die Hände hoch. Macht F2. Fangt ihn auf. Ich komme! Nee, stell dich mal hinter uns. Nicht so neben uns. Das hier, das hier. Ah, da kommt noch einer. Perfekt. Fangt ihn auf! Hände hoch! Ja, was ist, wenn ich hier da links geh? Sprich! Sprich! Tu es! Backslip! Hast du überlegt? Hinter so was töd! Go runter! Okay, dann schaff ich's auch. Go runter! Ganz langsam, ganz langsam. Was konnte ich denn grad machen hier? Ich konnte irgendwas grad auswählen hier oben. Da steht was. Was war das? Moment. Das macht nicht so spannend. Nee, warte, aber ich konnte irgendwas auswählen. Da stand grad was weißes da. Wo war denn das? Wie das aussieht, mach mal einen Screenshot. Ich hab ein Seil, können wir dich nicht einfach festmachen? Okay, Leute. Bist du ganz langsam gelaufen? Ich bin ganz langsam, ganz langsam nach vorne. Auf dich! Vielleicht soll ich die Hände auch hochnehmen. Vielleicht fang ich mich dann auch auf. Das sieht so geil aus. Komm! Komm! Juhu! Wir haben's geschafft. Sehr geil. Warte mal, Leute, warte. Wo ist's? Und jetzt winky, winky mach. Hier, Applaus, Leute. Applaus. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr mich gut gerettet. Das ist meine Mosin hin. Und jetzt hab ich Hunger. Wo gibt's hier zu essen? Hier gibt's eine Mosin. So, und jetzt packt einer die Waffe aus und spread uns alle. Also, die sind die Waffe aus.